Willkommen zu einer neuen Folge von der BAE Quest Momentan ist ja gerade das Event Kinderwochen Ich habe mir hier also bei der Matrone ein weißes Kind abgeholt das steht hier links neben mir das könnt ihr auch wenn ihr es verliert mal jederzeit mit der Pfeife wieder rufen und die erste Quest ist ein Schritt auf der Raketenbahn wir müssen da zur südlichen Halterstelle der Raketenbahn ich flieg da ganz einfach hin weil den Flugpunkt habe ich gerade zufällig so jetzt ein Lift und dann hoch zum Flugmeister gehen wir auf den Lift warten Da kommen wir auch schon So, und jetzt zum Flugmeister. Da klicken wir an, da haben wir hier Südlöfer Rackettbahn, fliegen wir hin, gut man könnte auch hinlaufen, aber fliegen finde ich halt doch bequemer. Hier habe ich mit dem leider noch keins, da ist das Level 13, stimmt doch, ja Level 13. Hier sieht man dann auch den Weg den man laufen müsste zum hinteren Ausgang von Ogrimmar. Hier vorne aber den Umschlagplatz. Von dann aus könnte man natürlich auch in der Rakete zum südlichen Enthaltepunkt fliegen oder fahren, wie man es mit der Rakete auch immer nennen will. Jetzt müssen wir auch dann gleich dort sein. Ja, da sind wir auch schon. Entschuldigung, jetzt hoch auf den Turm. Da muss man das Weißen geht auch wieder rufen. Na, da stehe da. So, und hier stehe dann jetzt zwei Sitzer-Hakete für uns bereit. Jetzt müssen wir einfach zum Aufsteigen anklicken. Und schon geht es los. Da bin ich dann auch mal der kleine Steuer. Und der Flug geht jetzt gleich einfach nur bis zum nördlichen Enthaltepunkt. Was dann auch schon das Ende der Quest ist, also wie erzählt, ein ziemlich einfacher Quest. Na, jetzt sind wir mal ein bisschen vom Weg abgekommen. Äh, das schaffen wir nochmal. So, jetzt sind wir wieder auf Kurs. Hier könnt ihr auch gar nichts machen, einfach nur zusehen. Ist aber ab und zu auch mal ziemlich entspannend. Ach, das war schon. Jetzt müssen wir zur Weißen geht wieder rufen. Die Pipe haben wir auch in der Tasche. Und dann steht er da. Und wir können die Quest beenden. Einfach anklicken. Ein Schritt auf der Raketenbahn. Quest beenden drücken. Und schon haben wir diese Quest beendet. Ob ich zu den anderen Quest noch komme, weiß ich nicht. Da das Event morgen schon endet und ich leider noch ein bisschen was zu tun habe. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal bei WeWeWeQuests. Tschüss. Danke fürs Zusehen. Tschüss. 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 Vielen Dank.